herzlich willkommen zur datenschmutz linkedin show nummer vier heute mit folgenden themen moderator boxack und ich werfen einen blick auf linkedin artikel also längere texte wozu kann man die nützen wozu sind die gut dann unternehmen wir eine kleine zeitreise zu den anfängen von linkedin und natürlich diese woche auch wieder mit dabei die status updates der woche und damit kommen wir gleich zum thema linkedin artikel ein großer irrtum in dem zusammenhang liegt in artikel könnte man nutzen um bereits bestehende texte vielleicht dorthin zu kopieren und auch zu duplizieren keine besonders gute idee vor allem nämlich deshalb weil diese linkedin langtexte diese artikel auch von google indexiert werden und wenn sie den schon auf ihrer homepage haben dann führt das im ungünstigsten fall sogar zu duplicate content problemen wie schreibt man einen solchen artikel auf linkedin sie haben in ihrer posting box dieses write an artikel oder einen artikel verfassen auf deutsch und wenn sie hier draufklicken kommen sie eben zu diesem linkedin artikel editor und hier lädt man ein titelbild hoch gibt eine headline ein das ist ein relativ simpler editor man kann mehrere abschnitte einfügen hat simple formatierungsmöglichkeiten wie fett und kursiv und so weiter und hat auch die möglichkeit wenn ihr auf das plus klickt bilder videos slideshows links zu externe seiten oder auch codesnippets einzufügen veröffentlicht man diesen artikel dann landet der und das ist ein ganz wichtiger punkt dabei am eigenen profil wenn sie hier für profil schauen sie haben da diese articles and activity section und hier in diesem teil zeigt linkedin jeweils den neuesten artikel an das bedeutet dieser artikel ist relativ prominent am profil platziert und sie können den sehr sehr gut nutzen um ihren profil besuchern irgendeinen interessanten inhalt oder einen inhalt mit mehrwert zu präsentieren und man draufklickt kommt man zu dem entsprechenden artikel und der punkt dabei ist ganz einfach linkedin texte sind ein ziemlich mächtiges tool und eigentlich viel zu schade um sie nur zur zweitverwertung oder zum anteasern bereits bestehender inhalte zu nutzen lieber seltener einen artikel posten und sich dafür wirklich ganz genau überlegen was könnte meine zielgruppe hier denn wirklich interessieren also wie gesagt noch mal zur erinnerung waren das not simply cross post blog artikel zu linkedin und damit kommen wir zum artikel der woche den hat silvia fritsch hier verfasst der titel lautet warum du linkedin für ein personal branding und content marketing nutzen solltest da gibt es ein paar gute argumente dafür erschienen auf br spionien und interessanterweise in der diskussion unter dem artikel hat gottfried sing dann einen snapshot aus dem web archive gepostet da werden ja die die alten webseiten archiviert und man kann so kleine zeitreisen unternehmen schauen wir uns mal an wie linkedin 2006 eingeschaut ausgeschaut hat also das ist die startseite hier 2008 2010 da ist es immer textlastiger geworden sozusagen dann gehen wir weiter nach 2012 lächelt uns abitual gar entgegen co-founder von spool 2014 personalisierter 2016 und 2018 soviel zur geschichte der startseite von linkedin robert weller hat diese woche einen spannenden beitrag gepostet und zwar erst im im horizont im deutschen horizont net auf ein manifest gestoßen des herausgebers jürgen scharer hat dort einen artikel verfasst dessen titel lautet wieder die algorithmen gläubigkeit die marketing und der denor dieses beitrags ist im wesentlichen dass die kreativität in der werbung auf der strecke bleibt wenn wir alle nur mehr uns nach daten getriebenen informationen daten getriebenen marketing richten und robert hat dann hier auf dem adobe digital experience blog eine antwort verfasst sozusagen und er ist der meinung und da schließe ich mich auf jeden fall an dass ich daten getriebenes marketing kreativität keinesfalls ausschließen sondern sogar sehr sehr gut ergänzen auf daten getriebenes marketing zu verzichten wäre online schlichtweg unrealistisch meiner meinung nach stichwort adwords bei thomas hutter am blog bin ich auf folgenden beitrag gestoßen mehr ad transparenz für linkedin sie wissen ja dass facebook nicht zuletzt wegen der amerikanischen präsidentschaftswahl ziemlich stark in die kritik gekommen ist und einiges unternommen hat um die plattform transparenter zu machen linkedin schließt sich hier an und zwar werden die company pages einen neuen tab bekommen und wenn man darauf klickt dann sieht man sämtliche werbeanzeigen die die betreffende page in den letzten sechs monaten im newsfeed geschalten hat der akute leidensdruck sicherlich nicht so groß wie bei facebook 2018 schnitt linkedin im digital trust report des business insider als das vertrauenswürdigste social network ab also wie gesagt mehr transparenz aber linkedin hat ohnehin sehr sehr strikte werberichtlinien michael katzlberger hat diese woche auf seinem blog katzlberger einen kurzen prägnanten und sehr lesenswerten beitrag zum thema was ist eigentlich ein algorithmus gepostet ein algorithmus ist eben laut wikipedia definition die eindeutige handlungsvorschrift zur lösung eines problems oder einer klasse von problemen michael bezeichnet den algorithmus sozusagen als koch konnte kontext als das bandor zu einem rezept also eine abfolge von schritten und er hat hier eine kurze geschichte des algorithmus zusammengefasst mir gefällt vor allem dieses zitat hier häufig wird der begriff algorithmus auch als nebelgranate genutzten organisationen dem konsumenten nicht genau erklären wollten oder konnten warum welche maßnahme gewählt wurde im zeitalter von fake news sicherlich ein thema und den ersten computer algorithmus hat übrigens eda loveless die pionierende id in ihrem notizbuch noch ganz analog festgehalten und damit kommen wir zum letzten beitrag für heute der cio von daimler also von mercedes hatte vor kurzem seinen letzten tag im unternehmen und sozusagen als abschiedsvideo hat bmw diesen clip ins netz gestellt so so Ja, so viel zu würdigen Abschieden. Co-Moderator Boxack und ich verabschiede uns ebenfalls. Danke, dass Sie dabei waren. Nächsten Freitag geht es dann weiter mit der Ausgabe Nummer 5 der Datenschmutz-LinkedIn-Show. Dankeschön und auf Wiedersehen.